Wir befinden uns jetzt im Level 17, haben drei Züge und ich zeige euch wie es knackt. Als erstes nehmt ihr die Metallkiste hier und zieht sie ein nach links. Das mache ich einfach mal. Der nächste Schritt wäre die Metallkiste hier oben zu nehmen und sie nach unten zu ziehen. Seht ihr, jetzt sind die meisten Kisten schon weg. Jetzt tauscht ihr die beiden hier rechts aus und seid im Level 18. Das zeige ich euch im nächsten Video, bis dahin machts gut.